Wir sind wieder Digitalisierung. Werden denn durch die Digitalisierung Algorithmen bestimmender werden oder bleibt die gesamte digitale Informationstechnologie weiterhin zwar immer smarter werdender, aber trotzdem dem Menschen dienender Assistent? Wow, sehr lange und komplexe Frage. Lass nämlich im Moment darüber nachdenken. Ich glaube, dass man das gar nicht so trennen kann. Die Grundvoraussetzung für alles dieses, was Sie beschrieben haben, sind Daten und Vernetzung von Daten und natürlich auch selbstverständlich der sichere Umgang mit Daten. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Wir sehen in den nächsten Jahren die ganz, ganz großen Herausforderungen nicht immer unbedingt mehr in Stahl und Eisen, sondern im Endeffekt in Smart Solutions, so nennen wir das. Und da ist halt eben die Voraussetzung Datenvernetzung, Digitalisierung, Algorithmen, KI mit hineinzubringen, um im Endeffekt den Landwirt, den Operator zu entlasten, um das, was hier überall steht, noch effizienter und effizient für kostengünstiger, aber auch leistungsfähiger einzusetzen. Wir investieren hier am Standort in diesem Jahr 120 Millionen in Forschung und Entwicklung und schon ein Großteil davon wird investiert in Elektronik und Digitalisierung. Das verschlingt sehr, sehr große Summen, aber das ist einfach notwendig, um diese Intelligenz oder diese Innovation, die wir haben, noch effizienter auf dem Acker einzusetzen. Und da spielt halt eben auf Telemetrie eine Rolle, das heißt also auch Maschinendaten, die unser Vertriebspartner auslesen kann, wie wir auch, um dem Landwirt schnell Möglichkeiten zu wiesen, aber halt eben auch unsere FendOne On- und Offboard-Technologie. Also im Prinzip dann der Übertrag von dem, was auf dem Feld passiert, ins Office und die weiteren Auswertungen und da dann auch letztendlich Effizienzsteigerungen. Verstehe ich Sie da richtig? Ja, aber auch andersrum. Von dem Office Jobs zu überlegen, vielleicht in den kalten, dunklen Wintermonaten Lösungen am Rechner zu erarbeiten und die dann im Grunde genommen zeitnah dem Fahrer zu überspielen, damit er dann auf der Fläche das Eingebrachte auch ableisten kann. Das finde ich insofern spannend. Ich stelle mir jetzt als von außen Beobachter einfach vor, dass das ja nie aufhört, dass diese Entwicklung, dass das immer weitergeht und es trotzdem dann die Maxime letztendlich dafür zu sorgen, dass da, wo bisher nur ein Korn gewachsen ist, zwei Körner. Was ich eben sagte, wir sind im 92. Jahr von Fendt, der Marke, und diese Marke hat nie stillgestanden und wird, glaube ich, auch nicht stillstehen. Schließlich feiern wir in acht Jahren unser 100-jähriges Markenjubiläum und das treibt uns an. Ich glaube, Stillstand wird es hier nicht geben und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mit meinem Kollegen Walter Wagner als verantwortlichen Engineering Head hier spreche, welche Zukunftsinnovationen sie schon im Köcher haben. Ob die alle mal praxisgerecht werden, ist abzuwarten. Aber da ist schon wirklich eine wahnsinnige Truppe unterwegs, neue Dinge zu entwickeln.